Der Weg in die Gigabit-Gesellschaft, den hat das Land Rheinland-Pfalz bereits gestartet. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Nachbarkeitsstudie für 300 MBit Plus in Auftrag gegeben, denn wir wollen den Breitbandausbau für das ganze Land flächendeckend beschleunigen. Wir wollen die Dynamik im Ausbau beschleunigen, wir wollen dazu auch Landesfördermittel ganz intelligent mit dem angekündigten Breitbandförderprogramm kombinieren und wir wollen auch den kommunalen Anteil möglichst gering halten. Denn wir brauchen überall schnelles Internet, damit wir auch den digitalen Wandel in der Gesellschaft gut bewältigen können.